Warum ich X17 gut finde, dafür gibt es viele Gründe. X17 hat so schöne Farben. Bei X17 wechselt man die Hefte aus. Passt alles zusammen? Das beste Leder. Eine vegane Hülle. Handmade in Germany, in Saarbrücken. Kann so groß sein? Kann so klein sein? Warum ich X17 gut finde, dafür gibt es viele Gründe. Das beste Leder. Vielen Dank.